Es ist schon schlimm, trotz aller Versuche, Beleidigungen im Internet hören einfach nicht auf. Zum Teil hat es sogar fatale Folgen bis hin zum Selbstmord. Zwei Filmemacher aus NRW zeigen Flagge gegen das Mobbing mit einem Kurzfilm. Durch Crowdfunding, also Spenden von Interessierten. Christian Benz und Papis Kusrawi waren bei den Dreharbeiten dabei. Das sind zum Glück nur Dreharbeiten für einen Film im Riel-Kolleg in Düsseldorf. Immer wieder springt der Stuntman hier aus dem Fenster, bis die Einstellung im Kasten ist. In dieser Schule entsteht die Schlüsselszene für den Anti-Mobbing-Kurzfilm Es wird besser. Es ist natürlich so, wenn man selbst mal diese Situation als Opfer miterlebt hat und dann ein Opfer spielt, dass es einem natürlich deutlich leichter fällt, weil man wirklich weiß, wie das ist. Wenn ich das jetzt noch nie erlebt hätte, würde es mir sicher viel schwieriger fallen. Und so kann man sich dann natürlich viel besser an die jeweilige Situation anpassen. Lukas Poland hat vor einem Jahr einer Mitschülerin geholfen, die gemobbt wurde. Dadurch wurde auch er zum Ziel der Täter. Er bekam SMS mit Sprüchen wie Ich töte dich oder wir zerstören deine Familie. Deshalb hat der Schüler eine Hotline für Mobbing-Opfer eingerichtet. Jeden Mittwochnachmittag hört Lukas Poland Betroffenen zu, gibt Tipps und Ratschläge. Auch im Landtag hat er 13-jährige Schüler schon mit Politikern über das Thema Mobbing diskutiert. Und weil über die Beleidigungen und ihre Folgen aufgeklärt werden muss, sind auch Profischauspieler wie Ursula Strauss mit an Bord. Ich finde das Thema extrem wichtig und sehr interessant und so ein bisschen unterrepräsentiert in unserer Gesellschaft. Ich glaube aber, dass es ganz wichtig wäre, sich mehr Gedanken darüber zu machen, wie man mit diesem großen Ding Internet umgeht. Oder dass es so eine Gefahrenquelle auch in sich birgt, dass man auch ein Verhalten lernen muss im Umgang damit. Prominente Unterstützung gibt es auch von Charles Rettinghaus. Der Schauspieler ist auch die deutsche Synchronstimme von Jamie Foxx, Jeffrey Dean Morgan und Iron Man Robert Downey Jr. Wie heißt der nochmal? Charles Rettinghaus. Und der erhebt seine Stimme heute gegen Mobbing. Die, die das schreiben, da sind sie wirklich so bescheuert, dass sie gar nicht wissen, was sie schreiben oder sie nehmen es gar nicht mehr wahr. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man solche Filme macht und auch zeigt, dass man den Leuten zeigt, hey, guck mal, das kommt vielleicht dabei raus. Auch wenn du in dem Moment, wo du diesen Satz schreibst, denkst, naja, wieso, ich beleidige ihn doch nur, aber vielleicht bringst du ihn damit auch um. Möglich gemacht wurde der Dreh zu diesem Kurzfilm durch Quadfunding, durch die Spenden von Menschen, die dieses Projekt interessiert. Und Lukas Poland ist aufgrund seiner Vorgeschichte für Regisseur Adi Wojacek und für Produzent Patrick Mölleken die Idealbesetzung. Aufgrund meiner Recherche zum Thema Cybermobbing bin ich eben auf Lukas Poland gestoßen, der eben sich auch gegen Cybermobbing einsetzt hier in NRW. Und das fand ich so beeindruckend, dass ich mir gedacht habe, da muss doch ein Synergieeffekt kommen und das ist dann auch passiert. Wir wollen Kinder aufrütteln, Eltern aufrütteln, wir wollen Lehrer sensibilisieren für das Thema und eben im Idealfall diesen Film auch präventiv im Unterricht einsetzen. Das sind zumindest die Ideen und Gespräche, die wir gerade führen. Die Dreharbeiten für den 20-minütigen Kurzfilm Es wird besser sind abgeschlossen. Für den Rest des Jahres wird jetzt geschnitten und die Nachbearbeitung gemacht. Premiere des Anti-Mobbing-Films ist für 2019 geplant. Auf einem der großen Filmfestivals.